Ach ja, einen wunderschönen guten Tag. So, willkommen zu E2, Quatsch, E4, M7. Eine, wie ich finde, sehr schöne Map. Ist auch ein bisschen schwer, weil sich da andauernd irgendwelche Türen öffnen, wo direkt Gegner neben einem stehen oder sich irgendwelche hin teleportieren. Also eine sehr schwere Map, aber im Endeffekt eine schöne Map von der Gestaltung her. Direkt hier in Front Off haben wir direkt noch zwei Typen. Und weil sie versuchen, einen davon zu töten, kommen direkt noch weitere Typen durch die Gänge rein. Ach, sind es über drei? Leck mich doch. Wir haben ja hier den Stellfach, ne? Sehr schön. Die ganzen Typen sind nämlich direkt gekommen. Wenn wir hier von einem normalen getötet hätten. Also mit Lärm machenden Waffen. So. Räumen wir hier erstmal ein bisschen auf. Na genau, die Idee ist zum Beispiel hier, ist eine schöne Falle. Ich liebe diese Map. Hier glaube ich auch, auf der Seite. Obwohl, kann sein, dass das hier eine Falle ist. Oder so. Ich sag doch irgendwas, was war hier. Hä? Hashtag? Nein. Aus dem gehörten Hashtag vor das Wort und nicht hinter das Wort. Wo kommt der jetzt bitte her? Der linke Typ der gerade im Bild. Wollt doch mal. So. So. Wir wollten ja mal ein bisschen mehr die AK benutzen hier. Okay. Von da kam er. Ja. So. So. Wir füllen zu dem Thema. Boah. Was tue ich hier gerade? Einfach mal irgendwelche Türen werden wir öffnen hier. Was ist los? Hä? Ich habe gerade noch einen gehört. Oh. Warte. Ich lege mich doch mal. Wir füllen zu. Warte. 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 Was? Was, was? Was, was ist das? Was? Was? hallo ach die geht auch auf komm hier raus scheinbar nicht egal fischer fischer hier sind sie tot was ist hier der schlüssel der raum ach ja hier war ja was und jetzt hier ist die schrutzflüge gelohnt aber weit rum doch zu viele fallen darf eine falle drin der raum ist auch eine einzige falle es klappt nicht wieder ich dachte ich musste erst diesen schalter drücken ficken ficken oh nein nicht rum teleportieren vor allem wohin teleportiert jetzt schwirrt ihr irgendwo noch so ein lost holl drum als der klubs ja oh war ja klar genau natürlich genau hinter uns und jetzt meine fresse was soll das doch herr im himmel ich gehe gleich wieder in god mode oh naja ich bin wieder teleportiert Warte, wieder Lost Souls oder was? Oh, krieg ne Krise. Vor allem, wo teleportieren sie sich? Ach, Leck, guck doch. Was? Oh, oh. Oh, meine Fresse. Wo bin ich jetzt hier? Ach so, Jumfen. Fick die Henne. Aber wo kommt überall Gegner? Oh. 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 No. Oh. Oh. 簡y, okay. Oh, okay. Oh. 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 So weit. Was? Achso. So, wir haben jetzt mittlerweile mal einen roten Key. Mit dem roten Key können wir... Was ist hier los? Was? Alter, was ist das jetzt schon wieder hier für den Cut gewesen? Oh oh. Wow, hat das ja voll viel gebracht. Ach, Mann, ey. Gut, dann aber jetzt werten wir hier unten die Räume ab. Ich liebe meine Munitionsverschwendungen. So, und der Räume hat es in sich... Okay, das geht noch, aber sollst du das Ding dann mitnehmen? Wie geht es los? So, wo waren wir noch nicht? Waren wir hier schon? Ah, da gibt es nichts. Da waren wir auch schon. So, jetzt haben wir also jetzt den blauen Key. Der blaue Key... Achso, kommt noch da. Ach, und hier haben wir jetzt den gelben Key. Oh, okay. Mit dem gelben Key können wir jetzt hier rein. Ja. Oh Gott, der Raum. Äh, ja. Das wird ein spaßes Kind. Ey, was? Einfach mal hier alles anklicken, ne? Oh-oh. Oh-oh. What the fuck? Ah, dafür war der Schalter. Okay. Boah, Alter. Ach, dafür ist der Schalter gewesen. Ah. Okay, was wir überhaupt, ob Legit da vielleicht noch draufgesprungen sind? Ich weiß es gerade nicht. Wobei, ich kann mal dazu gucken, ob wir da mit Swapen running rauf können. Wenn ja, ist es nämlich Legit. So, wo war das Ding? Das war... Da so. Ne, können wir nicht. Schade. Gut, dann können wir aber zu wissen schon mal, das, was ich eigentlich machen wollte. Und zwar die ganzen Gegner da auf uns locken. Konnichiwa. Es gibt Kaffee und Kuchen. Wird ja mal alle herkommen. So, jetzt haben wir alle hergelockt. Easy. Was das gebracht hat, ich weiß es nicht. Können wir von hier versuchen? Aua. So, wir nehmen mal die AK. Äh, nicht die AK. Die andere. Oh, Alter. Oh, mein Gott. Mir wurden die Haare rasiert. Die Frage ist, sind wir hier noch welche Hitwarner? Ja. Wow. Die Frage ist, kann ich das so noch treffen? Garantiert ja. War doch klar. War doch klar, dass ich mich so noch treffen kann. Meine Fresse. Warum hat deren Projektile immer nur Durchmesser von genau einem Pixel und man selber hat aber Durchmesser vom gesamten Projektil? Das heißt, wenn er irgendwo gegenstraft, sofort weg. Aber die können überall durchschießen. Diese Schweine. Okay, komm, lassen wir. Wir gucken, ob wir hier unten irgendwie zu Hause kommen. Gott, bin ich denn langsam mit der Waffe hier? So, wo kriegen wir eigentlich den Schutzanzug her, um da unten hinzukommen? Achso, das ist ja auch direkt einer. Ach, f*** die Henne. Ach, mein ey. Ach, das will ich doch immer. Ach, dieses Spiel hasst mich. Was ist denn hier los? Warte, ist auch nicht drei? Aber jetzt, der dritte Shotgunner hier oben kommt immer, wenn man es am wenigsten erwartet. So, das will ich aber gerne mal sehen, was ist da einfach los, wenn hier. Geht doch. Ah, da ist er ja schon. Und er kommt. Habe ich mich doch nicht geirrt, dass da drei waren. So, wie wäre ich hier unten am dümmsten fertig? Wovon hat jetzt eigentlich der weiße Munition? Von der hier. Okay. Okay, also erstmal hier in Wacken. Konnichiwa. Und jetzt gehen wir auf die andere Seite und können hier in Ruhe alle abballern. Hoffe ich doch. Oder auch nicht. What the f***? Ja, warum kommen hier alle her? Ich hätte schwören können, dass ich es auch schon mal geschafft habe, da raufzukommen mit Sraven. Naja, dann auch nicht. So, müssen wir uns jetzt mal doch eins noch aufbauen. What? Könnte mal still sein. Okay, das war es scheinbar. Gut, wir haben zweimal ABC-Anzug, das ist natürlich sehr schön. Dann nutzen wir erstmal den hier. So, was wartet denn hier oben? Du willst doch ein Arsch hier. Hier ist ein Schalter. Ah, okay, also ab jetzt können wir eigentlich ein Ziel. Sehr schön, aber nein. Wir nehmen jetzt wieder noch den anderen Weg. In der Hoffnung, dass hier schöne Munition ist. Etwas, was wir durchaus gebrauchen können. Ah ja, ein bisschen. Oh, ein Weißkirch. Was ist denn hier drunter? Oh. Ein Lafallus. Was ist denn hier los? Schahira kommt man natürlich leider nicht. Aber gut, hier ist noch kaum was. So. Wobei, Munitionstechnisch sieht man hier relativ gut aus. Ich glaube, jetzt extra nochmal Aufnahmen brauchen wir nicht unbedingt. Mal gucken, wie sieht hier aus. Oh, ja. Achso. Ach genau, hier gerade nochmal Position. Oh. Nochmal Rüstung. Ja, wunderbar. Muss ich mal ganz kurz gucken. Wie kann man nochmal da rein? Achso. Ach, hier war ich schon drin. Ich schon wieder. Alles gut. Okay, sieht so aus, wenn wir soweit erstmal alles Sinnvolles hätten. Ja, komm. Hab ins Ziel. Oder sehen wir uns zu E3 M8 wieder. Einer sehr schön, oh Gott. Soviel dazu. Bis dann.